Der VW Caddy Family ist der ideale Kompakt-Van mit viel Platz für Freizeit, Familie und Beruf. Mit multivariablem Innenraum und Komplettausstattung. Unter anderem mit Klimaanlage, CD-Radio, Lederlenkrad, Multifunktionsanzeige, vier Airbags und ESP. Den VW Caddy Family gibt es mit dem 85 PS TSC Benziner bereits ab 18.250 Euro, inklusive Steuern. Für Unternehmer ist der Vorsteuerabzug möglich. Jetzt bei Ihrem VW-Partner Kampa in Neusiedel am See.